Angespannt ist jetzt nicht direkt das richtige Wort, ne? Ja, äh, angespannt halt, ne? Weil, es ist doch schon ziemlich faul an dieses Spiel, also. Reaktion registriert, Quarantäne-Abregelung aktiviert. Ich komme jetzt einfach nicht weit, wo man hin soll. Danke. Okay, wo ist diese Steuerung? Ah! Achtung! Reaktion registriert, Quarantäne-Abregelung aktiviert. Wie wunderbar. Natürlich muss ich wieder gestört werden. Ja, ich habe eigentlich gesagt, kein Plan, was ich hier drehen soll, damit sie schon funktioniert. Aber, ich denke, über die Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Was ist das? Okay, mit Raten klappt es sehr wohl. Mal wieder eine Störung meinerseits meiner Eltern, die wieder voldammisch geschlossen sind. Regel Nummer 1. Vergessen. Aufzüge sind böse. Ich wurde gerade ein bisschen zurückgesetzt. Kann das sein? Kann sein, muss aber nicht. Ja, ich habe mittlerweile tierische Panik von Aufzügen. Und traue mich seitdem auch nicht mehr im echten Leben. Auch nur in die Nähe. Das sieht man ja. Sehr nach einem... Stase. Wer hat die Energie aus der U-Bank-Steuerung kurzgeschlossen? Können Sie da was machen? Nein, der einzige Weg, die gerade zu deaktivieren, ist, irgendwie den Generator zu zerflicken. Weißt du, ich wollte nur jemanden sterben. Ich habe nichts, irgendwas abgeht. Ich wollte nur leben. Können Sie ihn ausbrennen? Das war alles, was ich wollte. Leben. Ich wollte leben. Abgeklappt. Die Schwerkraftwerte sind wieder normal. Was fänden Sie schlimmer, Backel? Mit allen anderen zu sterben? Oder der einzige Überlebende zu sein? Nicht das Sterben macht mir Angst. Sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie, äh... Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturns schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und kein Geheimversteck. Mein Handy sagt nur noch 5% Akku. Wunderbar, 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 wunderbar. Noch unglaubliche 10 verdammte Minuten muss ich das hier tun. Ich weiß nicht, wieso ich mir dieses antue. Aber es ist... Erschreckend. Mal sehen, ob ich auf dem Rückweg irgendwelchen lieblichen Besuch empfangen werde. Ich bin dankbar dafür, wenn ich jetzt alleine bin, nur noch zurücklaufen muss und die Stimmung halten darf. Ja, gut. Lass mich nach oben. Leiter. Lass mich... hinauf. Na gut, dann möchte ich aber auch hinauf. Okay, es geht nur von dieser Seite. Ja gut. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, okay. Ist gut, ist gut. Jochen. 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 Hör mal zu. Ey, ich wollte deinem Kind endlich was tun. Aber sie sind einfach... Ja, es ist Schmerz. Aber... Ich wollte das nie. Aber ich wurde angegessen. Mehrfach. Und ich habe immer noch nervigen Besuch in meinem... Ah, hallo, wie erwartet der Besuch, der ich schon hier... Äh, was ich jetzt hier erwartet hatte. Ich habe heute... Jetzt geht doch einfach mal zu Boden. Könnte nicht schlimmer sein. Nein. 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 Ich möchte nicht mehr hoch. Wie, wenn ich bloß da hochgekommen bin. Das der Weg auch schlimmer sein könnte. So. Wunderbar. Ich sage mal so, Drehmannschaftenmodul. Ich denke, ich werde den Partys beenden. Weil, ja, ich habe da jetzt nicht mehr so viel Zeit. Nein, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil ich ja auch noch weg muss. Um diese Uhrzeit. Ja, muss ich. Ein Medipack klein. Ja. Ah, ja. Komm, eine Stase. Na. Komm, das können wir uns noch leisten. Hier, Munition, das ist 17. Okay, so hätten wir da auch. So. Damit werde ich auch nun die Aufnahme hiermit beenden. Danke fürs Zusehen. Ich bin euer X.O.DF. Tschüss.